Ja, als nächstes wollen wir als Corolla den Stabilitätssatz beweisen und das ist einfach der folgende. Und er sagt, kein explizites, konsistentes Homo-Kutta-Verfahren. Und das ist eine sehr negative Aussage. Das sagt uns eigentlich, bei expliziten Verfahren müssen wir immer aufpassen, ob wir tatsächlich im Stabilitätsgebiet liegen oder nicht. Es gibt keine Verfahren, die unabhängig von Lambda und H immer stabil sind. Okay, das wollen wir ganz kurz beweisen. Naja, wir haben schon gezeigt, wenn das Verfahren explizit ist, dann ist die Stabilitätsfunktion ein Polynom. Das heißt also, R von Z ist ein Polynom. Das nächste ist, R von Z ist nicht konstant. Ja, angenommen, es wäre konstant, dann würde gelten, YK plus 1 ist gleich R von Lambda H mal YK. Und wenn R von Lambda H konstant wäre, wenn das R konstant wäre, dann wäre das sowas wie C mal YK. Das heißt also, die Näherungen hängen nicht von Lambda und H ab. Naja, und dann kann es auch nicht konsistent sein. Man kann es nicht gegen die Lösung E hoch Lambda T konvergieren. Also lässt sich das R von Z schreiben als An mal Z hoch N, also als ein Polynom. An mal Z hoch N plus Summe J gleich 0 bis N minus 1, Aj, Z hoch J. Und hierbei ist An gleich 0 und N größer als 0. Okay, wir klammern ein An, Z hier vorne aus. Oder vielleicht einfacher. Wir klammern ein Z hoch N hier vorne aus. Und dann steht hier ein An plus die Summe J gleich 0 bis N minus 1, Aj, Z hoch J minus N. Und natürlich ist nach vor 1 und gleich 0. Okay, das hier vorne. Vielleicht sollte ich erst mal sagen, wann ist das Ganze A stabil? Wir haben vorhin schon gesagt, das Verfahren ist A stabil, wenn für alle Z mit Realteil kleiner als 0, R von Z, der Betrag von R von Z kleiner ist als 1. Das heißt also, der Betrag von R von Z, so wie es da steht, müsste immer kleiner sein als 1 auf der linken komplexen Halbebene. Und wir schauen uns einfach mal an die linke reelle Halbachse. Und dann schauen wir uns mal an, was macht dieser Term für Z gegen minus unendlich auf der linken Halbachse. Naja, also dieser Term hier vorne, das was in der Klammer steht, Z hoch J minus N, das J ist höchstens N minus 1. Das heißt, das hier vorne konvergiert gegen An. An, und ich erinnere Sie, An war ungleich 0. Und dieser Term hier vorne, der geht natürlich im Betrag gegen unendlich. Das heißt also, das Ganze konvergiert in Anführungszeichen gegen An mal Z hoch N. Insbesondere wächst es über alle Maßen. Das heißt, der Betrag von R von Z geht gegen unendlich für Z-Betrag oder für Z gegen minus unendlich. auf der reellen Halbachse. Insbesondere ist der Betrag von R von Z nicht immer kleiner als 1 auf der linken Halbachse. Daraus folgt tatsächlich, das Verfahren ist nicht allstabil.